Es sind da drüben Kisten, was willst du denn machen? Wenn wir laufen, kriegen wir vielleicht noch das Zuckerrohr da hinten. Siehst du das? Ja. Meinst du, wir kriegen das noch? Na, das werden die anderen holen, denke ich mir. Der Zuckerrohr ist halt wichtig, ne? Ja, eben. Äh. Ich weiß nicht, ne? Lassen wir Münze entscheiden, wo wir hinlaufen. Okay, erst zahlen, ne? Ja. Dann ist gut. Kopf ist für draußen, Zeit ist für da rein, okay? Moment, Kopf ist für rein. Kopf ist für rein? Okay, Kopf ist für rein. Ja, mir ist es egal. Okay, mach mir Kopf für rein. Okay, das ist eine Harfe, kein Kopf. Okay. Dann go. Ah, Moment, nochmal, das hat es nicht schön gedreht. Okay. Zahl. Raus. Also, nichts. Ja, dann nicht, ne? Ja. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video Magic Freund draußen. Und zwar heute zu die Tributen von Minecraft Staffel 2. Ja, ist so ähnlich wie Varro. Äh, nur ein bisschen, äh, abgeändert. Ein bisschen, äh, spannender gemacht. Aber das werden wir euch da im Projekt dann schon irgendwie auch mal mitteilen. Mögen die zweiten Hungerspiele beginnen. Das Spiel beginnt in 30 Sekunden. Oder so irgendwie. Spielscharte 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Weg, weg, weg. Fuck. Wieso kann ich nicht schwimmen? Moment, warte, warte, warte auf mich, ja. Okay, lauf, 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 lauf. Hoch, 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 hoch. Ja, einfach mal weg. Einfach mal weg von den anderen. Oh nein. Ja, das ist schon mal schlau. Komm. Ich bin mir auch passiert. Weg, 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 weg. Das ist auch, was uns ja hier keiner angeheift. Oh, oh. Hier im Schmolz, hier im Schmolz. Komm schon weg. Ja, ich baue hier schon, Moment, ich baue hier Holz ab. Dann haben wir schon ein bisschen was. Was du auf das Jahr, keiner kommt. Ups. Was? Ah ja, ist egal, magst du das? Wir brauchen was zu essen, was zu essen brauchen wir. Das ist wichtig. So, ich passe jetzt auch. Okay. Wir brauchen was zu essen. Da drüben sind wir. Ja, da sind glaube ich schon welche, oder? Ein Cloud ist da. Ein Cloud. Die kommen rüber. Geh weg. Lauf weg. Nein. Die kommen rüber. Die verfolgen mich. Verfolgen mich. Verfolgen mich. Fick die Henne. Nein. Die haben schon Schwert und alles. Nein, 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 nein. Nein. Ich will da an. Junge, nicht dein Ernst. Wieso gehen die auf mich? Ja, mein Bad ist jetzt schon vorbei. Ja, geil, Alter. Ja, drei Minuten. Ja. Okay. Ja, aber ich würde einfach mal sagen, ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen bei mir. Ja, ich werde jetzt einfach noch irgendwie in Schwarzbildmodus oder irgendwie sowas, damit kein Spoiler hier ist. Ja, dann bedanke mich ganz häufig fürs Zuschauen. Ja. Du hast jetzt ja noch dein Part da. Du kannst ja noch weiter aufnehmen. Gleich bin ich ja immer wieder mal dabei. Ich habe jetzt keinen Speicher und ja. Aber du hast jetzt auch Aufnahme. Ja, ja, habe ich ja. Okay, gut. Dann ist gut. Bist du auf dem Server? Bist du schon noch, oder? Ja, ich bin noch auf dem Server, ja. Ja. Ja, war auf jeden Fall toll. Ja, ich bin noch auf dem Server. Ja, ich bin noch auf dem Server. Vielen Dank.